Mein Name ist Kilian Ullm, ich bin Business Development Manager bei Covi und zuständig für den deutschsprachigen Markt. Covi ist ein führendes, privates Befliegungs- und Geodatenunternehmen und wir bieten unseren Kunden jeweils durch Investitionen in neue Technologien und durch multidisziplinäre Dienstleistungen einen Mehrwert an. Das sind Dienstleistungen unter anderem Luftbild- und Laserscammerbefliegungen, dann auch Produktion von qualitativ hochwertigen Autofotos und Höhenmodellen. Wir generieren 3D-Stadtmodelle für Geoinformationssysteme und für Visualisierungen, sowie flugzeuggestützte Thermografie und Mobile Mapping für die 3D-Kartierung des Strassenkreises. Wir arbeiten für grossöffentliche Kunden, aber auch für private Kunden. Meist sind das auch landesweite Projekte, wo wir dann eben ganze Länder befliegen, Laserscanning-Bepfliegungen durchführen und Höhenmodelle erstellen. Mit unserem globalen Netzwerk und unseren 34 Zweigstellungen und Niederlassungen weltweit im Mittleren Osten, in Afrika, Europa, Asien und Amerika, bieten wir unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen mit einer lokalen Präsenz. Zudem sind wir als Teil der Covi-Gruppe mit mehr als 6200 Mitarbeitern auch ein verlässlicher und stabiler Partner für eine nachhaltige Zusammenarbeit in der Zukunft.